Lassen kann ich es jetzt wieder an. Ich habe jetzt gerade Wolfgang geguckt, zweite Teil, Flugstimmung. Leih an der Schwere, juhu. Ey, ey, ey. Da hände ich aber schon. Das ist echt... Jetzt probiere ich einfach, weil ich mir einfach nicht mehr vorstellen kann, dass es in aller Intelligenz liegt. Also kann es nicht sein, weil Wolfgang ist intelligent. Die Distanz zu scheiße und Lösung. Lösung und Problem sind unterschiedlich. Theodor Adorno. Nein! War der von gestern bei, wie hieß er? Frag dein Gehirn mich nicht. Ich brauche auch nicht fragen, mein Gehirn ist doch auch nicht so optimal. Der Kulturmarxismus Teil 2... Ey, ey. Das ist wirklich nur immer Probleme. Systematisch umerzogen worden. Oh! Ich will dich hören. Nee! Nee! Systematisch umerzogen worden. Wohin denn du bloß? Der ist doch... Die Lieblosigkeit. Ja, die Lieblosigkeit. Ja, toll. Und alle schreien, ah, du bist lieblos. Und selber tragen sie keine Liebe in sich. Sie scheinen einfach... Ich glaube, der ist so deprimierend jetzt, wie er selbst ertragen kann. Black Life with us! Echt? Das ist einfach nicht wahr, oder? Das ist einfach nicht wahr. Wir können doch nicht alle nur gekauft, erstunken, erlogen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mir einfach... Man muss das System so groß und wahnsinnig sein, dass es einfach genial ist. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass Wolfgang das abkackt. Und wir selbst, der auch noch intelligent ist, auch diese Scheiße, die Probleme, dass die anderen Probleme haben, ah! Ist mir einfach nicht klar. Ist mir komm nicht klar. Der nächste Vollmond. Oh! Oh! Nee, ich muss das Video ausschalten, sonst muss alle tönen. Ist doch ein Schrott! Scheiße wälzen! Probleme wälzen! Nur Mist! Nur Mist! Reindrücken in die Scheiße!